Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Fog-Fog-Fog-Nach! Ich-S-N-E-S-T-A-N-T-A-L-O-N! Zu zweit! Ich glaube, ich habe meine Ganslack, äh Gummislacks in den scheiß Beutel eingepackt vorhin. Vorüber erschwommen sind. Ja. Obwohl, nee, warte, habe ich bestimmt einen Trockensack gepackt. Jupp. So. Da ist er. Soll ich den Felsspaten mal ausprobieren zum Schlagen? Hier sind's. Ah. Weiß ich nicht. Oh, hier sind viele. Hier. Hier, hier, hier. Okay. Soll ich einen wegschießen? Oh, ach da musst du. Ja. Den ohne Mütze. Den ohne Mütze am besten. Okay, den mit Mütze. Ja, spar deinen. Spar deinen Schalli. Ey, ohne Scheiß, wie er auch die Luft an... Macht der. Wo ich mir so denke, ey... Nee. Aktivieren. Ach, jetzt habe ich die Lampe aktiviert. Was, ich soll meinen Schalli sparen? Soll ich laut machen oder was? Nee, äh, wegen Einabschieß und... Naja, ja, weiß ich nicht, schwierig. Wollen wir kurz laut machen hier, dass alle kommen? Okay. Ich mache hier zu, dass wir keine Überraschung bekommen. Ja, genau. Aber wenn wir hier zu machen, dann kommen die doch nur bis zum Zaun. Nee, nee, die springen drüber. Ich weiß nicht, ob wir durchschießen können. Ich glaube, ja. Wollen wir was durchschießen? Schieß mal auf einen. Okay, warte. Ja, geht. Das ist deiner? Hä? Hä? Ich warte, bis der näher dran ist. Wegen meiner Schrubbkletter. Ja. Ich gucke, wenn wir rüber... Oh, die laufen hinten lang. Hinten ist ja das Dings auf. Nee, links, 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 links. Guck von links, genau. Ja. Äh, wow. Will er nicht? Doch, jetzt. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Ich bin schon böse. So, ich hatte wieder den Tag. Jetzt musst du auch der letzte Dulli hier gehört haben. Ja. Ich hab da vergessen zu, komm. Er hat die Gummidinger reingemacht. Ich bin mal gespannt, also. Ich dachte, er nimmt zuerst die normalen Schuss. Okay, da gehst du rein. Dann geh ich in das andere Häuschen. Feldweste? Ergänzungs... Ah, scheiße. Ergänzungstasche. Wir nehmen zu viel Plays weg. Ja, dann zieh ich die kurz an. Dann hab ich noch ein bisschen mehr Platz. Wir haben ja hinten sowieso noch einen überm Wasser. Okay, ja, gebe ich dir gleich. Vielleicht draußen. Okay. Ah. Ah. Zack. Okay, ich hab hier schon wieder irgendeine... SSG82-Magazin liegt hier. Ja, das ist das, was wir gerade aufgehoben waren. Nö, mal mit, bitte. Was du jetzt auf dem Rücken hattest. Okay. Schön. Oh, geil. Geil. Ey, wenn man jetzt so bedenkt. Eigentlich haben wir jetzt wirklich nur Noob-Sachen. Und sind hier mit rüber gegangen, ne? Ja. Jetzt stimmt das Poina. Ach, schmeiß ich weg die. Die ist eh hässlich. Oh, hier nochmal. Oh, hier nochmal. Das Magazin. Gut, dann reicht's aber auch. Ja, aber ich würde sagen, zwei reichen. Oder drei in dem Fall reichen ja dann. Gut, du bist in dem Haus, oder? Brauchst du noch eine Jacke mit 30 Platz? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Eine Jacke, nimmst du denn wieder eine E-Zone? Was haben wir da noch? Meine Jacke ist dämoniert schon wieder. Oh, geil. Fast ein volles M19-Magazin. Oben oder unten? Äh, oben. Also ich hätte sie jetzt sowieso mit runtergebracht. Achso. Oh Gott. Super. Ich bin ein Polizist. Jetzt greift mich die Zombies nicht mehr an, weil ich bin ein Polizist. Autoritäts-Pet-Zone. Pet-Pet-Zone. Ich glaub, die Macher des Spiels haben hier drin auch ein bisschen umgebaut, oder? Das kommt mir so deutlich größer vor hier hinten. Ja, ist irgendwie ein bisschen anders auf jeden Fall. Wow, mal trinkendes Geld. Das wär so als Base auch so geil jetzt, ne? Ja. Aber es ist halt über der Insel, es bringt halt nichts. Da musst du halt jedes Mal rüberschwimmen. Ah, weiß nicht. Wenn du hier ein riesen Beet anlegst, ich glaub, du kannst dann hier... Ah gut, du findest ja keine Items. Stimmt. Ja, du findest ja keine Items weiter. Das bringt dir auch... Ja, du musst halt wirklich am Anfang einmal alles rüberräumen hier. Auch Fässer, damit du Regenwasser auffangen kannst und alles und scheiß. Ah. Warst du da drüben drin, drauf? Ja. Gut, war nichts. Ja. Dann lass uns so wieder zurück durchkämpfen. Dann müssen wir noch in das große Gefängnisgebäude. Genau. Ich hoffe, die ist noch nicht respawned, ey. Ah, Ladies first, komm. Thank you very much. Links erstmal hier rein. Ah ne, ich glaub, da konnte man nicht rein. Hier? Ja. Die Tür sieht... doch. Hallo? 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 Oh mein Gott! Wie weit geht die Tür auf? Ja? Ja, aber wie weit denn? Ohohohohoho. Jetzt glauben sie nicht so richtig. Achso, ich dachte du machst links wieder und ich mach wieder rechts. Okay. Gar nichts. Ja. Äh. Erstmal noch ganz hinten gehen. Achso. Ja. Ich glaube, in diesen Zellen ist sowieso nix, oder? Fängnisjacke. Einmal. Wie ist dieser Übergang zur nächsten Seite? Schreib's doch mal in die Kommentare, ob in den Zellen überhaupt was drin ist. Wie gesagt, einmal hatte ich jetzt was. Einmal Gefängnisjacke. Achso. Achso, da drin. Wahrscheinlich eher weniger was. Ja. Ist sie hier? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin einfach rüber gelaufen, weil da war dann schon der Übergang. Atta. Da bist du. Gefängnis Hose. Ich muss immer noch was trinken, Alter. Ist schlimm. Ich muss das Wasser so billen. Es bleibt mir jetzt nix anderes übrig. Ja, mach ich jetzt auch mal ganz langsam. Mach immer ganz wenig. Das mach ich jetzt auch die ganze Zeit schon. Diese kann ich jetzt auch nochmal. So, da hinten ist es nicht mehr. Da hinten geht's runter. Vor deiner Tür. Es geht grad nix, warte. Ja, ich krieg's auch grad schnell mit. Hä? Hä? Was ist das denn? Ach krass, hier geht's auch runter. Hab ich grad gesagt. Hä? Bei der Tür hinten. Ja. Hab ich gesagt, dass du da vorher stehen hast. Achso, du standst bei mir noch vorne. Bei dem anderen Ding. Bei der anderen Treppe. Okay. Oh, makellos Magazin. Herr damit. Bist du jetzt nochmal einen höher gegangen, oder? Äh. Ja. Und danach links. Okay, weil ich bin jetzt grad ganz unten. Ah, da hier ist nichts. Oh. So, komm ich jetzt auch mal nach ganz oben. Nee, hä? War ich hier nicht schon? Da war ich grade schon. Nee, ich lauf grad rechts rum. Bin jetzt auch schon vor dem letzten Raum. Achso, okay, dann. Ist ne Abstellkammer. Was kannst du denn abstellen? Die Kammer. Bist du rüber gegangen? Zur anderen Seite? Ja. Ach, hier geht's ja nochmal aufs Dach, ne? Ja, aber hier drüben. Achso, ja. Wendeltreppen würde ich dann zum Schluss, ne? So spät. Hier ist einfach nischt. Nischt. Ich fliege gar nicht überall so reinläuflich. Ich gucke da immer nur rein. Gucke aufs Bett und... Waaah. Ist auch nix, ne? Ne. So, wenn ich schon mal Messer hab, dann krieg ich auch mal die Kartoffel. Mal gucken, wo ich will das bringt. Muss jetzt da deutlich mehr werden eigentlich. Uh, oh Gott. Wow. Die ist trotzdem fast komplett im Arsch. Er ist immer noch unterm Viertel. Ha. Das kann doch nicht richtig sein. Gibt's mittlerweile einen Kartoffelschäler? Boah, das wüsste ich nicht. Oh, keine Zombies nachgespawnt. Geil! Okay. Da ganz hinten. Okay, das ist cool. Du bist sogar komplett runtergelaufen. Ja, ich bin schon draußen. Ja, genau. Ich bin schon draußen. Ich bin schon wieder auf der Bridge. Jo, jo, jo. Jo. Okay. Ja, nicht schlecht. Da war ich schon. Dann sind wir auf der Insel fertig. Ja. Tatsächlich, ja. Soll ich kurz Fliegemodus anmachen und von oben mal gucken? Nicht schlecht. Da hinten ist ein Zombie. Nimm mal das neue Gewehr und knall dir ab. Auf der Straße. Da. Schön. Den immer R drücken, ne? Genau. Genau. Wow. Hast du gesehen? Da ganz hinten ja, ne? Mhm. Ja. Da. Nein, warum läuft es hinter den Zaun? Ja, der kommt jetzt noch. Oh, okay. Okay. Da. Oh, das Nachlandischen. Oh, fuck. Wollen wir über... Ich hab's nicht getroffen. Ja, ich... Renn! Renn! Wie def! Wie einfach ich rennen wollte. Ich hab keinen Schuss mehr. Oh, der schießt in meine Richtung. Ja, das war ein Gummigeschoss. Keine Sorge. Achso. Dommer. Dommer hat der auch zwei Schuss gebraucht, der Kek. Alter, der... Der nimmt eiskalt erst die Gummigeschosse, ja? What the fuck? Ja, das ist diese scheiß Weste, denk ich mal. Komm, lad noch. Alter! Hier wollt' mich echt verarschen, alter. Schmeiß diese... Alter, der verballert wirklich die ganzen Gummischosse, alter. Ach, der... Ach, da oben machst du auch keinen Schaden wahrscheinlich, wa? Ja. Sonst wären sie alle One-Hit. Oh Gott! Wo? Ich wollt grad nachladen. Okay, ja, ich hab... Da kommt noch einer! Äh, er ist wieder drüben. Ich hab wieder zurückgedeckt. Alter! Hinter uns? Oh, kacke. Ja. Warte mal, bitte. Ja. Dass die Gummigeschosse weg hast, wa? Ja. Und ich wollt' gucken, wie die Geschosse er braucht. Und zwar ja anscheinend. Und da kann man nicht mehr kommen. So, jetzt fängt er an, die normale Munition zu nutzen, Gott sei Dank. Okay. Jetzt heißt das erstmal für mich nachladen. Ja, hab ich noch was für die Pistole zum Nachladen? Oh, ich hab fünf Schuss. Zwei Schuss. Oh. Um. Um. Ne. Hier, ne? Ne. Oh, da. Oh. Nein. Gute Nacht. So. Mal kurz. Ein bisschen sortieren. Okay, gut. Da hab ich jetzt hiermit nochmal vier Schuss. So, dann müssen wir jetzt hier reingehen. Da sind zwei Zombies definitiv, naja. Eigentlich definitiv drin, ne? Jetzt überleg ich nur grad, welche Waffe nehm ich. Ich würd die fünf nehmen. Machst du auf und ich schieß von hinten. Okay. Warte, warte. Ja. Lach nach, lach nach, lach nach. Kommt der? Ja. Oh mein Gott. Okay. Mach, mach, mach. Okay. Mit so einer echten Schruflinte schießen. Das stimmt, mega geil. Hat aber auch bestimmt safe einen richtig krassen Rückstoß. Stimmt, ja. Ich glaub, wenn du damit dreimal hintereinander schießest, dann kannst du wegschmeißen. Ja, wenn du sowas nicht abkannst, sowieso. Oder bei den ersten Mal hättest du auch höher. Süß. Antiklimatisch. So. Sind wir eigentlich fertig hier, ne? No. Was hat uns die Insel gebracht? Ne neue Waffe, paar Magazine, bisschen Schuss. Es war, in allem, in allen, beschissen. Es geht. Ne, wieso? Hast du irgendwas jetzt, hast du hier irgendwas jetzt gekriegt, wo du sagst, geil, endlich? Ich nicht. Ich nicht. Ja, du. Wenn's danach geht, haben wir sowieso alles. Außer vielleicht das neue Zeug. Ja. Was jetzt wieder neu reingekommen ist. Also quasi haben wir neu angefangen. Ich mein, ich hab jetzt wieder ein komplettes Sturmwässer, ist schon mal schick. Und, äh, ne Kampfjacke, die mir 42 Platz auch nochmal bringt. Ja. Ne. Ah. Kannst du den, deinen angespitzten Stock mitnehmen, oder soll ich mitnehmen? Ah. Ah, ne, ich bin der. Okay. Ich bin grad am, ne, ach, scheiße. Ich dachte, das Lagerfeuer kann man nochmal mitnehmen. Ich wollte dir grad sagen, ich bin am überlegen, das nochmal mitzunehmen. Geroni springen. Ich hoffe, jetzt regnet es nicht, dann werden wir noch nass, ey. Oh Gott. Da darf ich gar nicht dran denken. Oh, synchron. Ha, voll überholt. Hey. Überhaupt. Kannst du ja am Arsch lecken. Boah, das ist, das Saga soll das Opfer jetzt grad wirklich stehen bleiben. Hä? So. Ähm. Da oben drauf. Oben. Hier, ja. Ja. So, ich nehm die Ergänzungstasche, wie sie... Es geht nicht. Kann man nicht so mitnehmen, das ist so ne Kacke. Ja. Ich nehm von mir alles raus. Äh. Ich guck mal kurz, was ich hier nochmal stacken kann. Das kann ich nachladen, das kann ich nicht stacken, das kann ich nicht stacken. Okay. Okay. Okay, gut, dann weiter. Achso. Äh. Was soll ich hier machen? Ne, ne, ne. Wir müssen auch mal schwimmen. Hier hinten. Achso, okay. Okay. Ja. Ich nehm den Rucksack erstmal mit. Einfach scheißegal. Ich kann ja eh laufen und so. Kannst du damit, kannst du mal schwimmen? Ja. Krass. Schwimmen mit dem Fass ging das glaube ich sogar auch, ne? Oh, weiß ich grad gar nicht mit dem Fass. Aber ich denke mal bestimmt. So sinnlos. Du kannst im Auto grad mal zwei Fässer reinpacken, aber damit schwimmen. Hm. Ist mir schon wieder einfach zu realistisch, ehrlich gesagt. Ich schwimm ja auch öfters mit dem Fass einfach so. Ja, er verschwindet dann auch, wenn er anfängt zu schwimmen. Hast deine Hand raus. Ja, natürlich. Taucht dann wie auf, wenn du wieder aus dem Wasser rauskommst, Alter. Das war jetzt keine Frage, oder? Nein, nein, das war eine Feststellung. Das heißt, die Frage? Äh. Wenn ich lass uns bis zur Straße sprinten oder so. Und das sieht da links so interessant aus mit diesen ... Gehen wie, keine Ahnung, mit dieser Brücke? Oder was das ist? Wollen wir noch hin? ... ... ... ... ... ... ... what the fuck da geht es irgendwo hoch na gut, lass uns erstmal ganz kurz hier das Feuer machen schnell holst du, kannst du hier rin was machst du? ich stehe hier, achso lass uns hier rin machen, hier bei der freien Fläche jetzt hast du schon alles weggepackt, du Cake hier, ich habe Rinde dabei pack sie hier hin hier bei mir hat er unkle Rinde kommt doch eh eine freie Fläche, wenn ich ein Feuerchen aufbaue das ist nämlich das Gammelfeuerzeug das muss unbedingt leer, das ist demoliert obwohl ich glaube, das ist sogar egal wenn es halt im Arsch geht ich glaube, ich weiß nicht, Feuerzeug, meinst du das geht kaputt? ja, doch, ich denke mal schon spätestens wenn irgendein Schaden passiert, der in den Rucksack passiert und der es auf ihr mit abkriegt oder so ja, gut Feldlässe kann man nicht ausfragen ganz vergessen ich bin echt gespannt, wo es da hingeht, da hoch das gute Weißbrot erstmal ausfragen Alter, hast du so eine matsche Beine in der Hand und schon habe ich wieder Hunger warum habe ich jetzt Bock, hinten zu füttern? warte mal Alter, warum ist denn meine Hose schon wieder einfach trocken? ich hatte trocken gefurzt, Alter hier föhnt, hier ist auch richtig oh tue dir mal die Flecken auf deine Hose an das sagt alles taktischer Gürtel taktischer Gürtel feucht Patrouillenhose feucht Rucksack feucht Helm feucht glücklicher hä? greife ich nicht boah PC, was geht denn jetzt ab? hier brauchst du mehr Luft hier komm, ich geb dir noch mehr Lüftung guck mal schon, hier Barte wachsen bei mir Barte ey, man konnte sich ja auch irgendwie umgucken und komplett drehen die Maus ey, das alles, ich verstehe das nicht bei mir noch nicht so viel ja gut, ich hab hier erst oh, den Dings-Test hast du nicht, den Blut-Test, oder? zufälligerweise leider noch nicht ich will 0 plus haben, oder 0 minus ist mir egal ich will eine 0 sein die einzig wahre 0 das ist zwar laut okay, warum ist meine Feldweste immer noch durch ah, die Klatschnass ist ja das Heftige, ne? ja oder Durchnästheit auch, ne? ja ja, solange ich das Symbol unten hab würde ich auch nicht weitergehen ja weil, stell dir mal vor du stehst wirklich im Wheel davor du bist klatschnass nach dem Schwimmen und musst dich dann hier so aufwärmen das hätte ich eigentlich auch mal Bock dass wir das mal in echt ausprobieren da musst du aber ausziehen die Klamotten du kannst dich nicht einfach so davor stehen ja, nö, nö, das ist ja richtig das ist ja richtig aber naja, obwohl ich kann's machen weil der Qualm zieht eh immer zu dir ja ja, obwohl mittlerweile geht's also wenn ich in den letzten Mal denke kriegt die so wie anders mal ab hast du den DLC gekauft? naja ein Update nein, das war falsch was hältst du jetzt von der Sniper? äh, die geht aus ja das ist hier nochmal alles was hat der Kaliber? mittleres Kaliber, glaub ich so M4 Größe M4 Munition ja ne 5, 5, 6 5, 4 5, 5, 6 und sogar kleiner das müsste M4 Munition sein ja, M4 ist 45er und das ist 39er achso deswegen sag ich jetzt sogar noch kleiner und stärker ja gut, ich kenn mich damit nicht so aus keine Ahnung ok, bei mir ist das Zeichen weg mit durch Nest ne, bei mir noch nicht ich glaub immer noch wie in der Weste, wa? die ist immer noch nass der ganze Rest ist trocken ja, das hat mich jetzt aber auch gewundert mein ganz anderes Zeug ist äh, relativ schnell nass nur geworden auch Stiefel und hast du nicht gesehen und so ne, feucht relativ schnell feucht geworden ich hab deine Rinde hier nochmal mitgenommen die hier auch im Boden lag ok, es sind nur noch Schuhe und Weste feucht ne, Weste ist jetzt immer noch nass warum steht hier nicht sowas wie Klamm? also mal ganz ehrlich ja aber was ist schlimmer, Klamm oder Feucht? ich würd sagen Feucht ist schlimmer Feucht, Feucht, ja Klamm ist ja wirklich nur so ekelhaft, widerlich naja, guck, das ist trotzdem liebricht ja so als wenn du dolle Leere geschwitzt hast finde ich, Klamm wow wow, so ähnlich, ja also was wollt ich jetzt hier machen eigentlich? ins Feuer pinkeln das wollte ich weiß ich gar nicht also bei Skam würde das jetzt funktionieren da könnte ich wahrscheinlich auch kacken ja tatsächlich geil wir müssen unbedingt mal ein Tierchen erlegen äh, wir müssen vielleicht mal zur Schule auch zurück langsam dass wir uns mal wieder schön schön machen können sag ich mal oh nein, 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 nein Tetrazylin, komm scheißen Dreck, ey ja gut, ich weiß doch nicht, was ich hab ja komm, mach mal irgendwas oh fuck, ich hab nur Tetrazylin ich schmeiß mir einen noch hinter, scheiß drauf ich kann's nicht nehmen, jetzt ich hab ja nur Tetrazylin, also ich hätte sonst gar keine andere Möglichkeit weggehauen wird so weggehauen, draufgehauen oh Gott, alter so nass ja, immer noch nur noch die Feldweste aber ich hab doch das Zeichen aber ich jetzt mit dem mit irgendeiner Infektion das noch nicht loslaufen wollen unbedingt also bald, dass er unten weg ist können wir direkt los von meiner Seite aus ja oh ja, scheiße okay, Tetrazylin wird verschwommen oh, ist das dreckig, ey jetzt hab ich den Mist wie oft, ne ja na los, du dreckig scheiß Feldweste, ey feucht warum bin ich immer noch warum hab ich immer jetzt so, von mir aus können wir weiter gleich ja, okay vielen Dank fürs Zuschauen ich mich gebt doch noch oben und schreibt den Kommentar ob es dir gefallen hat tschüss